jo moin willkommen zurück zu einem weiteren video hier auf meinem youtube kanal willkommen im neuen jahr frohes neues jahr wenn man das sich noch wünschen kann ich wollte euch jetzt nur einmal kurz mitteilen das ist jetzt das video für heute was ihr hier seht auch heute an dem freitag an dem freitag aufgenommen an dem ihr das seht ich werde mich in den nächsten zwei zweieinhalb drei wochen in einen youtube-urlaub begeben quasi keine videos veröffentlichen dafür ja meinen youtube einige videos dennoch produzieren ich werde also nicht inaktiv bleiben nur im hintergrund was machen und dann werde ich mich ende januar ganz grob wieder bei euch melden vermutlich in der letzten januarwoche und dann ja so ein bisschen auch neue ideen entwickeln bisschen brainstormen das braucht zeit ich habe seit längerem noch ideen die ich aber auf meinem kanal so nicht umsetzen möchte keine sorge es wird weiterhin buchbesprechungen hier auf diesem kanal geben die werden fortgeführt quasi aber alles darum herum irgendwie möchte ich ja mal was neues ausprobieren nach zwei jahren zweieinhalb jahren youtube fast drei jahren gefühlt und ja wollte euch das jetzt nur einmal so kurz mitteilen ich werde bis ende januar eine pause machen an ende januar anfang februar wird mit den videos weitergehen auch mit den buchbesprechungen ich habe da auch einige bücher drehe jetzt gleich noch ein oder zwei unboxings ab mal schauen genauere details findet ihr dann werdet ihr dann ja ende januar erfahren da werde ich dann noch mal ein ähnliches video hier hoch laden auf dem kanal und wie es dann genau weitergeht da werde ich mir das noch mal ein bisschen überlegen aber genau haut rein schönes wochenende euch kommt gut in die neue woche in die zweite ganze januar woche so quasi die zweite woche des neuen jahres in die zweite komplette woche des neuen jahres 2021 und genau bis dahin macht's gut haut rein vergesst nicht zu abonnieren zu kommentieren und auch eine bewertung des videos dazu lassen und wir sehen uns ganz bald wieder zum ende meiner youtube pause ende januar also macht's gut haut rein wir sehen uns bis dahin ciao